Habe ich schon wieder was Falsches gesagt? Nein, nein, überhaupt nicht. Warten Sie. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Womit denn dann? Mein letzter Wunsch. Heiratet. Und führe Waldensteig in eine bessere Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Papa. 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 Danke. Das tut gut. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Nein, danke. Es ist einfach alles zu viel im Moment. Und nun müssen wir auch noch damit rechnen, dass Fürst Waldensteig jederzeit... Ich bin so froh, dass du da bist. Ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann. Hauptsache es geht ihr wieder besser. Na, wie süß. Spielt ihr jetzt Mutter und Kind? Kann ja nicht jeder Räuber und Gendarm spielen. Ich störe diese Familienidylle ja nur ungern, aber ich muss sie sprechen. Sofort. Das war wirklich sehr aufmerksam von Ihnen, dass Sie gleich den Arzt gerufen haben. Danke. Das war doch selbstverständlich. Du musst jetzt ganz schnell wieder gesund werden, mein Schöner, ja? Wie geht es ihm denn? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich leidet er an einer Kolik. Er hat sich heute Nacht die ganze Zeit hin und her gewälzt. Was sagt denn der Zierarzt? Wenn sich sein Zustand nicht verbessert, dann sieht es schlecht aus. Dann muss er eingeschläfert werden. Es tut mir leid. Im Moment kommt einfach alles zusammen. Du musst es schaffen, hörst du? Ich wollte, ich könnte Ihnen etwas sagen, das Ihnen hilft. Aber ich komme leider auch mit schlechten Nachrichten. Für Spalden steigt er. Er ist zu ihm verstorben. Ich finde es langsam beängstigend, wie du in deiner Mutterrolle aufgehst. Ich denke, das war die Aufgabe. Du hast einen wichtigen Termin platzen lassen. Also komm mir jetzt nicht blöd, ja? Das war ernst gemeint. Oder sollte ich mich nicht darum bemühen, dass Konstantin mir glaubt? Du solltest eine wichtige Unterschrift leisten. Wie stehe ich denn jetzt da? Weißt du, wie ich mich bemühen muss, die Leute wieder zu beruhigen, einen neuen Termin zu vereinbaren? Dann musst du mich nächstes Mal genau über deine Prioritäten unterrichten. Sag mal, was spielst du hier eigentlich? Die moderne Frau zwischen Kind und Karriere? Gib dir keine Mühe. So in etwa habe ich aber meine Rolle verstanden. Dann hast du offensichtlich etwas falsch verstanden. Es sind nicht deine Kinder. Und ohne mich bekommst du hier in dieser Firma nicht mal einen Job als Putzfrau. Also denk dran. Von jetzt ab tust du nur noch das, was ich dir sage. Und zwar genau das. Ist das angekommen? Ja. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Konstantin hat sich um mich gekümmert. Er glaubt mir jetzt. So viel ist sicher. Es tut mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Habt ihr die Neuigkeiten schon gehört? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss immer an die Prinzessin denken und was sie jetzt durchmacht Er erinnert mich irgendwie an den Tod meiner Mutter Vielleicht geht es der Gräfin ähnlich Sie hat vor nicht allzu langer Zeit ihren Vater verloren Jetzt kommt das auch noch mit Mr. Ed dazu Ich hoffe wirklich für Sie, dass das Pferd durchkommt Ja, hoffentlich Ich fühle mich wie unter einer Glasgabe Da draußen geht das Leben ganz normal weiter, aber meine Welt ist stehen geblieben Maria, Francesca Der letzte Wille eines Menschen ist der Heilig Heilig ist ein großes Wort Aber Manchmal ist es das Einzige, was bleibt von einem geliebten Menschen Von Papa wird mir vieles bleiben In meinem Herzen Dennoch sollte man sich gut überlegen, wie man damit umgeht Egal wie Man trägt es ein Leben lang mit sich herum Eine Antwort in seinem Sinne Tut mir leid, wenn ich Ihnen damit nicht geholfen habe Jede andere Antwort wäre genauso hilfreich gewesen Wenn Sie mich entschuldigen würden Wenn Sie mich entschuldigen würden Bist so tapfer Wilhelm wäre stolz auf dich Luise, du, du weißt, dass ich für dich da bin. Immer. Ich weiß nicht, was du hast. Ich kann es nicht begreifen. Ich weiß, wie schwer das ist, aber wir stehen das durch. Gemeinsam. Justus, haben Sie Gräfin Carla gesehen? Sie ist vermutlich im Salon. Na bitte, geht doch. Ach, wenn ich daran denke, wie ich aussehe, muss ich mich gar nicht mit Trauer bemühen. Hier sind Sie. Es tut mir leid. Kann ich was für Sie tun? Kann ich was für Sie tun? In der Küche glauben die wohl, in der Trauerzeit darf man an gar nichts Freude haben. Das Röhrer ist grauenvoll. Tanja. Wirklich? Da kann einem der Appetit vergehen. Sagen Sie, ist in der Küche das Salz ausgegangen? Guten Morgen. Morgen. Nun, wo alle da sind, möchte ich etwas sagen. Wie immer, wenn man einen vertrauten Menschen verliert, bleibt eine Lücke zurück. Eine große, schmerzhafte Leere. Es ist, als hätte man der ganzen Welt die Farben genommen. Alles geht weiter wie bisher, aber es ist blasser geworden. Man verliert einen Teil seines Herzens. Der Tod eines geliebten Menschen gehört zu den schlimmsten Prüfungen. Eine Prüfung, die man gemeinsam überstehen muss. Mit Menschen, die man liebt. Wenn wir gemeinsam an den Erinnerungen festhalten, gelingt es leichter, den Verlust zu überwinden. Amen. Langsame Schirrach Lay Thee Down Lay Thee Down Park your head Up on my pillow Make your trees They dress in crows Listen Unsere Geschäftspartner werden langsam ungeduldig. Ansgar, es tut mir leid, dass ich... Wir werden den Termin also so schnell wie möglich nachholen. Das war übrigens Weltklasse vorhin. Ich verstehe nicht ganz. Dein Auftritt beim Frühstück. Großartig. So viel Pathos hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das war ehrlich. Ja, und wie. Du hast die anderen alle um den Finger gewickelt. So gut, dass ich dir deinen kleinen Fehltritt fast verzeihe. Es reicht. Bitte? Das war kein Theater. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Der Tod des Fürsten geht mir nahe. Und auch um Luise mache ich mir Sorgen. Mir bricht das Herz. Ich weiß, du kannst das nicht verstehen. Aber es berührt mich, dass Konstantin sich mir gegenüber öffnet. Und auch Leonard und Carla. Dass sie mehr und mehr akzeptieren, dass ich ihre Mutter bin. Das ist doch großartig. Wo ist dein Problem? Ja, ja. Ich weiß. Aber ich fühle mich dabei so... so falsch. Wenn ich sehe, wie Konstantin sich vertrauensvoll mir gegenüber öffnet, dann... ...dann hast du an nichts anderes zu denken, als dass du ganz allein meinen Zielen dienst und nicht etwa deinen angeblichen Kindern. Das hindert mich aber nicht daran, etwas für sie zu empfinden. Meinetwegen. Solange es meinen Zielen nicht zuwiderläuft. Keine Sorge. Ich kenne meine Rolle. Großartig. Können wir jetzt ja noch einen Termin vereinbaren. Nein. Nicht vor der Beerdigung des Fürsten. Ich bin ehrlich gesagt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Stella, alles klar bei dir? Sicher, alles klar. I see the sun, I see the sun. Wenn du willst, kann ich dich begleiten. Das muss ich alleine machen. Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Es ist nur gerade ein bisschen viel. Ja, da hast du recht. Was du eben beim Frühstück gesagt hast über geliebte Menschen, die man verliert, das war ziemlich cool. War es das? Jetzt ist es da. Was? Das Gefühl, dass du meine Mutter bist. Darf ich dich was fragen? Aber natürlich. Ich habe das Gefühl, dass Ansgar dich ziemlich unter Druck setzt. Wie kommst du darauf? Sein Ton. Wie er mit dir umspringt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er was im Schilde führt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist doch sehr liebenswert. Ja, ja. Ansgar kann sehr charmant sein, aber immer nur, wenn er was will. Mach dir keine Sorgen. Ich passe schon auf mich auf. Muss du auch. Ansgar macht nämlich nichts ohne Hintergedanken. Ach, ich bin eine schlechte Gastgeberin. Ich habe dir noch nicht mal was zu trinken angeboten. Kaffee? Sehr gerne. Ja? Der muss ja irgendwo sein. Hast du keine angebrochene Packung mehr? Von was? Kaffee. Kaffee? Ach ja. Kaffee. Richtig. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Was soll denn los sein? Komm. Wir sind doch jetzt Freunde, Stella. Wenn dich irgendwas bedrückt, dann kannst du auf mich zählen. Also? Na gut, dann eben nicht. Charlie, warte bitte. Ich habe mich in Carla verliebt. Was? Ich habe mich tatsächlich in Carla verliebt. Justus, haben Sie mein Recherchematerial besorgen können? Selbstverständlich. Die Bücher liegen bereits in Ihrer Suite. Ich danke Ihnen. Konstantin, wie schön. Na, wie geht es sonst denn? Seit wann interessiert es dich denn, wie es mir geht? Oh, ich bitte dich. Das hat mich doch schon immer interessiert. Schließlich bin ich doch ein neugieriger Mensch. Wenn das so ist, mir geht es gut. Sehr gut sogar. Tja, wie heilbringende Schlossluft. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Sie lebt. Mutter lebt. Weißt du, Brüderchen, nur weil unsere lange totgeglaubte Mutter wieder aufgetaucht ist, heißt das noch lange nicht, dass du dich hier breit machen kannst. Und wenn doch? Ich würde an deiner Stelle die Koffer gar nicht auspacken. Ich gehöre zur Familie, hast du das schon vergessen? Wovor hast du eigentlich Angst? Mir gefällt nicht, wie du dich bei Mutter einschleimst. Deine Versuche, sie auf deine Seite zu ziehen, sind einfach widerlich. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass er ausgerechnet an dir gelegen ist? Seltsam. Wie erklärst du dir denn, dass sie mir genau dieses Gefühl vermittelt? Das ist doch klar, weil du dir genau das wünschst. Glaubst du, ja? Natürlich. Wir alle wollen doch das, was wir nicht haben. Und deswegen wünscht sich ein Bastard wie du natürlich nichts sehnlicher als die Anerkennung seiner Mutter. Glaubst du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Forbidden love, go straight to your heart